So, gut, weiter geht mit Assassin's Creed 4 Black Flag und wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil dieser tollen langen Mission. Was? Könnte sein, dass wir dann tatsächlich, warte mal, ein bisschen dahin. Okay, ein einzelner Wahnsinniger. Ja gut, wir müssen jetzt wahrscheinlich von dort, wo wir gerade sind, das ist nämlich, ja, wo wir sind, müssen wir tatsächlich jetzt erstmal wahrscheinlich wieder hier runter. Ja, sieht zumindest so aus. Ja, sieht so aus. Okay, dann fahren wir das weiter darüber. Ja, warte mal, keine Absicht. Dann machen wir uns mal da. Dann machen wir uns erstmal darüber und ja, dann geht's weiter mit der tollen nächsten Mission. Stand jetzt, die nicht da, was wir eingesammelt haben, aber egal, wir haben etwas bekommen. Das kann ich ein bisschen aufpassen, dass wir hier auf eine Sampe auflaufen. Da treibt auch wieder irgendwas. Detail. Willst du mich jetzt pflaxen? Ich darf nicht in die aktuelle... Ich darf nicht in das Gebiet rein? Ich will die scheiß Mission machen? Willst du mich verarschen? Warum darf ich nicht in das... Warum? Ich will in das Gebiet? Wie soll ich denn weiterkommen? Willst du mich verarschen jetzt? Ich muss ja Hauptmission machen. Ich will auf den Beirut. Ich will trinchen. Ist doch nicht so f knifig. Ich will es dir testen. Ich will das einbeziehen. Da habe ich irgendwas verpasst. Säuerbaum, Käpt'n! Ah, ein Überlebender! Ja, kommt das jetzt. Ist es voll auf der Insel? Schäuble! Alles okay. Sie, ein Wirbel mit dem Zahn! Feuer! Zahn! Feuer! Bereit zum Feuertrag! Mnode, bereit! Ihre Fahrstelle ist ungeschäft! Feuer! Feuer! Ja, ja! So, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich will mich jetzt hier links weg. Das halten wir gerade mal so raus aus der Nummer. Sondern wir müssen da rüber. So, sollen die Schiffe machen? Wieso Lust und Laune haben gerade uns? Die brennen sowieso. Damit ist das Thema schon gegessen. Und wir können tatsächlich doch die Hauptmission machen. Das wäre es doch gewesen. Wir müssen jetzt mehr oder weniger Hauptmission machen, glaube ich. Und... Aber wir können... Bis wir hier noch rum wechseln? Guck mal, ich habe jetzt gerade nicht mal keinen Plan. Komm, Segel raffen! Alle Segel raffen! Los, Segel, los geht's! So, Mission starten! Gentlemen! Wie ist bei uns der Brauch seit jeher verlangt? Stürzen wir uns nicht topflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen. Sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns! Ja! Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone. Und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Ei! Wer dagegen ist, winselt Nei! Na denn? Du warst doch einig! Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Nicht den Kämpfer verwickeln lassen, das ist doch mal eine tolle Idee. Erstmal den Dschungel durchqueren. Reinhardt. So, das wird natürlich jetzt ein bisschen einfacher werden. Wir müssen jetzt gucken, wie wir was machen. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir was erreichen, was wir im Krieg kriegen. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht funktioniert. So. So, komm ich jetzt an die Kiste. Die Kiste mächt arbeiten. Die Kiste sind nur die Kiste. wo müssen wir denn überhaupt jetzt hin, wo ich gerade war, wo wir da rüber können wir da hoch, ganz hoch, wäre das zu einfach, oder? vielleicht wäre das doch der richtige weg, dass wir da hoch müssen warte, 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 geh mal da hoch jetzt gehen wir da hoch ja ich habe es aber doch auf einem richtigen weg gewesen das geht gar nicht bei uns doch ein animus fragment ich will nicht gerade wie machen wir es wie gehen wir an richtig doch doch scheinbar einmal hochklettern und dann da wissen die kiste da die ist doch wieder unten oder die ist doch hier auf der höhe ich höre sie doch sehe sie noch nicht sie darum dass wir jetzt nicht zu 100 prozent alle trinken alle alle kisten holen und alles drum und dran das wird da irgendwo klar sein das ist kein feind das wagen das war ein heideggs oder so das war aber das letzte was du getan hast zwölf real dafür stehe ich morgens nichts aber nicht mal auf das war das war das war das war das war das war ich müsste wahrscheinlich da das war das war das war ja optionale ziel definitiv das war schon ja weg ist er hat uns jetzt nicht erstmals kampf wahrgenommen ja Baiter. Kieto! Kieto! Bis wo du irgendwas machst. Weiter. Die Kiste kriegen wir wahrscheinlich. Ja, die sind hier. Na dann. Da ist das Schiff. Da sind wir zumindest mal auf dem... Krass. Jetzt sind da zu schießen, wenn da welche stehen. Ich glaube nicht, dass ich es alle vier kriege. Ich könnte einen kriegen und dann wahrscheinlich drauf gehen. Aber... Schöße. Da ist es nicht vorbei. Na was denn? Komm jetzt. Schöße. Tschüss. Ich glaube, wir sind Schütze. Schöße. 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 Jetzt ist er tot. Sehr schön. weiter tot, leider die wissen nicht, dass wir da sind aber sie werden sich noch dicke wundern was wir so vorhaben noch, weiter noch ein paar Feinde haben wir vor uns wir könnten ihn schützen mal kurz der war da oben wo war denn der? ach hier war der ich würde den gerne mal plündern weil der vielleicht sogar ein bisschen Munition noch vor uns hat ja, alle mit der kugel mit dem ding kommen wir ja noch ein bisschen zurecht ok, ich komme nicht das dach ist nicht naja egal, machen wir weiter ich dachte, ich könnte noch ein bisschen was plündern aber eine Rauchbombe, weiter hat sich doch noch mal gelohnt den Schützen noch mal rauszunehmen aus der Nummer ist ja noch mehr Feinde Julien die Kass aufspüren naja wie viele Feinde haben wir denn insgesamt überhaupt also nebenbei viele sind es ja wohl nicht sehe ich es gerade richtig, dass es 5, 6 sind 6 vielleicht naja naja halt halt das sind jetzt weniger weiter ich muss jetzt ein bisschen taktischer vorgeben ja wenn man wissen wie wir denn zusammen hätten so gehen wir mal kurz da rüber so weg damit ja den kann ich jetzt nicht holen wenn der Kollege da von ihm kommt scheiße den würde ich hätte ich jetzt sonst hätte ich mit dem jetzt geholt doch komm her 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 Ah, der sucht noch was jetzt. Eigentlich beide mehr oder weniger. So, jetzt haben wir den weg. Den auch. Und den Rest. Liebe Leute, ja, ihr hattet es. Wir machen mal in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi. Wir machen mal in der nächsten Folge. yes Bis zum nächsten Mal.